Einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen zum zweiten Teil. Ja, erster Tag in Gran Canaria quasi. Ich bin natürlich erstmal auf dem Weg zum Cardio. Steve ist glaube ich auch gerade aufgewacht. Er guckte gerade aus dem Fenster. Ganz entsetzt, dass ich schon wach bin. Ja, es geht jetzt für mich hier erstmal ins Titan Gym. Es ist hier um die Ecke, drei Minuten von hier. Aber jetzt versuche ich hier erstmal irgendwie, ja, einen Cut für mich zu besorgen. Ich habe mich noch nicht eingekauft gestern Abend, weil es ja wirklich sehr spät geworden ist. Ich muss deswegen jetzt erstmal Kaffee besorgen und dann zum Cardio. So, Cardio und der Tag ist erstmal schon mal gerettet. Ich muss zwar sagen, ich habe nur vier Stunden geschlafen, aber ich bin einigermaßen fit. Aber nachher gibt es auf jeden Fall eine Mittagsstunde. Ja, ich hoffe, da wird mir kein Strick durch die Rechnung gemacht. Sonst wird das Training heute anstrengend. So, jetzt erstmal ein Käffchen. Und dann geht es, wie gesagt, ins Titan Gym im Meloneras. Waren wir letztes Jahr schon mal. Cooles Gym, Hammer Strange Ausstattung. Und ja, ich hoffe, der Chef ist da und erinnert sich. Dann geht es direkt aufs Rad. So, Cardio ist durch. Noch schnell eingekauft. Leider durfte ich da drin nicht filmen. Das müssen wir dann noch irgendwie an anderer Stelle machen. Mit einer zweiten Person. Bisschen undercover. Ja, schnell bei Mercadona heißt das Ganze. Lag auf dem Weg vom Gym zurück. Oh, ja, das war jetzt nicht so clever. Auf jeden Fall hier erstmal schön eingekauft. Eier, Bananen. So meine Basics. Ein bisschen was habe ich hier mit. Dann wollen wir mal gucken. Gleich mal auspacken, frühstücken, kochen. Und dann mal gucken, was der Tag bringt. Und nachher geht es dann ins Training. Erstes Frühstück auf Gran Canaria. Ja, wo die anderen sind, keine Ahnung. Ich glaube, die machen sich fertig oder liegen rum. Für mich gibt es jetzt auf jeden Fall die erste Mahlzeit. Danach werde ich fix kochen. Ja, da muss ich ein bisschen was tun. Ein bisschen was nachholen, arbeiten. Und hier Insta-Nachrichten beantworten. Und dann geht es auch schon fast wieder ins Gym. Wollen wir mal gucken, ob Steve dann direkt mitkommt. Oder wer heute Abend geht. Ich werde auf jeden Fall relativ früh gehen heute. Und ja, ich werde es mal essen. Habe ich jetzt Hunger. Ich weiß gleich, ob man das sieht. Aber. Ungefähr dahinter ist dann auch schon das Meer. Ich melde mich mal wieder zurück. Ich komme nämlich gerade aus der ein bisschen viel Zoom. Gerade aus der Mittagsstunde. Was sehe ich hier? Olli liegt am Pool. Oder besser gesagt in der Sonne. Mal gucken, wo Steve ist. Dann zeige ich euch gleich mal die Anlage. Was geht, Alter? Das alte Appadchen. Schöne Stunde geschlafen. Sehr, sehr gut. Ja, das sind hier alles so eine kleine, ihr seht das glaube ich im Hintergrund, so eine Apartment-Häuser. Das ist ganz cool. Das von innen muss ich jetzt nachher nochmal zeigen. Jetzt ist es hier so in der Mitte. Das ist wirklich nicht weit. Da ist er. Im Pool. Ist echt ganz cool. Sieht hier wirklich fast aus wie so ein kleiner Luxusurlaub. Auch wenn das recht vollgepackt ist alles. Bis jetzt. Mal gucken, ob ich heute Abend mal in diesem Spielen... Oh ja. Hab ich jetzt noch gar nicht angeguckt. Muss ich zugeben. Aber ich glaube, das werde ich mir nachher mal gönnen. Nach dem Training passt, glaube ich. Nachher mal eine Runde entspannen. Steve ist nicht hier. Keine Ahnung, wie der sich verkrochen hat. Für mich geht es auf jeden Fall gleich mal eine Pre-Workout-Mahlzeit. Reißhähnchen, Banane. Die Bananen hier sind echt klein. Muss ich mal sagen. Und dann geht es auch schon wieder ins Training. Gott sei Dank. Ich habe richtig Bock. Ich habe gerade eine richtig schöne Stunde geschlafen. Ein bisschen kurz die Nacht gewesen. Das fühlt mich auch deutlich besser. Ihr wisst ja, ich bin das ein bisschen gewohnt mit der Mittagsstunde. Um einfach frisch zu sein. Und hier im Wetter ist es natürlich noch besser. Wenn die Sonne scheint. In der Sonne wollte ich jetzt nicht schlafen, weil dann wäre ich komplett platt gewesen. Zum Training. Aber so ist das doch sehr angenehm. Wo ist der Ventin? Der macht auch ein Nickerchen. Der macht auch ein Nickerchen. Das war klar. Routine einhalten. Routine einhalten. Ja, so ist das. Free Workout-Mahlzeit ist auch drin. So. Machen wir die Brille abnehmen. Gleich mal ein bisschen Sonne getankt. Dann doch ganz angenehm. Muss ich sagen. Ich habe schon mal ein bisschen was vorbereitet. Reisflocken. Jetzt geht es nämlich ins Training. Und ich habe auch wirklich alles mitgenommen. Angefangen von Leuzin. Citrullin. Ich habe keinen Pump Booster mit. Ich habe nur Citrullin mit. Dann EAAs. In dem Fall die von Best Body. Hatte ich ja im vergangenen Video mal gesagt. Teste ich mal. Die Green Apple sind ganz cool, wenn man sie wirklich eiskalt trinkt. Aber mein Favorit bleibt Battleway. In Battleway sage ich schon. Bulletproof EAAs in schwarze Johannisbeere. Dann einmal Kreativ. Natürlich mein Vitago. Hier steht mein Whey. Gut verpackt. Das wollen wir jetzt erstmal öffnen. Natürlich Honig. Und ich muss sagen, das Aufwendigste jetzt an der ganzen Reise war wirklich die Mitnahme meiner Sachen. Ich habe mit zwei Koffern gereist. Einmal Handgepäck. Einmal normal regulär. Und ich hatte 9 Kilo Handgepäck, Klamotten. Und 25 Kilo Hauptgepäck. Sportsachen und Supplemente. In der Prep dann doch nicht so ganz einfach mit ihm unterwegs sein. Aber irgendwie hat alles geklappt. Mal gucken, was ist der Deckel. Ist ja noch ein Pre-Workout-Shake. So, Pre-Workout ist schon mal fertig. Ich mache jetzt noch mein Intra-Workout. Wird eine interessante Kombination heute. Ich habe nämlich das Vitago in Pink Grave Food mitgenommen. Und die EAAs in Green Apple. Ja, da wird auf jeden Fall eine bunte Mischung fürs Intra-Workout und fürs Pre-Workout. Aber gut, ja. Ich mache mein Shake fertig. Dann werde ich mal gucken, ob die anderen so langsam auch mal wach sind. Ich glaube, Steve hat sich da nochmal hingelegt. Und dann geht es auch 20 Minuten, 30 Minuten Richtung Gym. Wie ein Familientransporter. Wie ein wunderschönes, sonniges Land fahren wir jetzt ins Training. Endlich mal wieder ins Studio, weißt du? Immer ballern, Alter. Immer ballern, Alter. Richtig Bock auf. Sehr schön. So, aber irgendwie muss man die Kamera halten. Ja, aber ich schneide mich erstmal. Ich auch. Verdammt. Was steht bei euch heute auf dem Programm? Ich mache Brust und Schulter. Und du? Ich mache Rücken und... Und hintere Schulter. Runde Nummer zwei. Jetzt geht es ans Krafttraining. Steve und Olli holen kurz ihre Wochenpässe. Und dann gibt es ein schönes Brust- und Schultertraining. Ich glaube, ich habe es jetzt schon siebenmal gesagt. Aber ich freue mich heute aufs Training. Jetzt noch ein paar Rest-Day. Anstrengender Flug. Umso mehr freue ich mich, mich heute zu bewegen. Ich werde heute ein bisschen Schulterdrücken an der Maschine machen. Schulterdrücken mit der Kurzhantel. Schrägbankdrücken. Flachbankdrücken mit der Kurzhantel, denke ich mal. Vielleicht dann irgendwie ein Finisher. Fliegende. Dips. Auf jeden Fall Seitheben am Kabel. Ja, irgendwas so in die Richtung. Schönes Programm. Wie gesagt, das Gym hier ist mega ausgestattet. Es ist wirklich alles da für alle Leute, die mal nach Gran Canaria fliegen. Titan Gym. Auf jeden Fall eine coole Sache hier. Hier ist wirklich alles da. Equipment genau, wie man es will. Wie man es sich wünscht als Sportler, als Bodybuilder. Ja, alles da. Gute Musik, gute Leute. Völlig entspannt. Und so, sind die Herren fertig. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.